Willkommen zurück bei Baila Teens mit Chigo, Kundra, Nephi und Daolukat. Hallo. Hallo. Ähm. Haben wir einen Heiler? Wichtig? Ja, ich. Okay. Healeffekte machen 80% mehr bei mir. Oh, nice. Wir haben jetzt Fernando und einen Heiler, also das ist schon... Ich bin auch Tank. Echt? Ja stimmt, stimmt. Ich bin niedlich. Und denk an deine Warte. Das ist das Wichtigste, Schiko. Hast du Pippt auf jeden Fall? Du bist niedlich, Schiko. Pip ist cool, der macht halt mit jeder Granate schon 200 Damage, deswegen hat er in der letzten Runde so viel Damage gemacht. Ja, aber du musst wirklich, der ist langsam, also die Granate ist ja keinen Schuss. Und du musst mit der Granate genau zielen. Und verzieh mich dann. Ah, eingesperrt. Oh, die kommt über die Wand. Erst auf die, wirklich... Also ganz wichtig ist, erst auf die Schwachen gehen. Nicht auf den Tank. Wow. Ja, ich hätte hinten bleiben sollen. Der Roboter ist low, der ist richtig low. Oh nein. Ja, ganz wichtig. Ihr müsst erst auf die Jäger und so gehen und dann erst den Tank am Ende. Ja, das kriegen sie. Aus der Kuh dran schaffts noch hinten zu kommen. Ja, das ist erst. Ne. Oh, ne. Ach, mit. Das hätt ich mir sparen sollen, lieber. Ah! Aua! De, 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 de. Ich weiß, wo geht das Ding hin? Aber das Gute ist, wenn die Karten noch auf CD sind und man stirbt wieder, dann wird der CD nicht erneut ausgelöst. Hm. Ach Gott. Ah! Dein Lando kommt von dem. Alter. Was war das jetzt? Wurde eigentlich egal, Geist. Da sind so viele wieder fast tot. Ja. Werden zwei tot schon. Drei tot. Ja. Das ist wohl noch direkt wieder. Ah! Da hat der Zwerg den Daumen aus. Ich weiß. Der Waffen spüren. Die Bogen schützen. Oh, hier liegt über rechts rum. Achtung, da kommt da Fernando. Mh. Autsch. Dann fährt Fernando. Pipp hat sich gesehen, der ist auf. Die tappen halt schon mega viel. Baller rein. Der Roboter. Ja, der Roboter. Ich hab ihn. Und jetzt sind Fernando. Nice. Ah! Genau dann, wie down war, habe ich die Klingel. Husten? Der Roboter. Ich hab ihn nicht. Den hol ich mir. Oh, wie hoch! An links von dir ist die andere Platte. Re-end, we have to use a time bomb. Enter stealth. Oh, das ist nackt. Das ist nackt. Ich bin jetzt 80% mehr tot im Radius. Keiner mehr da von uns. Ne, leider. genau in dem moment wo im healing produkte sind sind ok da sind alle drauf und wir werden Na mir in Ruhe! Komm schon! Ja, wir haben uns irgendwo noch versperrt. Boah. Alter, was dritt mich da? Alter, was mit dem Charge? Hä? Ja, der macht damage. Ich merk's. Alter, wie viel Schaden müssen wir vor denn? Ist das Turntown? Tötet die, die noch fast tot sind? Ja. Ja, der Zerg geht auch drauf. Ja. Hä? Was, krieg ich noch damage? Bitte? Ich bin noch damage gekriegt von irgendwas. Mitte? Ja. Rechts kommen sie. Hm? Ja, von dem Spawn aus. Ja, von dem Spawn aus. Oh, ich will gar nicht. Ich bin down eh. Uff. Fernando kommt. Der Roboter ist fast down, die Bogenschützen auch. Mach die mal hier Fernando. Kann man nicht. Wir haben kein Damage. Müssen erst deren Damage die da töten. Ne, Bogenschützen ist down. Die Beutelrate war fast tot. Die, das ist genau die Beutelrate. Der Pip ist deren Damage wieder. Das ist, äh, also der steht immer ganz weit außen und ich schmuch einen Meister mit Granaten rein. Püppelein. Ja, klappt. Chico muss das auch machen. Ja mach ich doch. Scheiße, mein, mein Self hat verkackt. Leute, die stehen da drin. Ach du Schande. Weiter rein. Ja. Deine E-Granate kannst du auch reinwerfen, ne Chico? Ich bin nicht doof. Nein, ich wollte nur sagen, dass du dir auch richtig wirfst. Ja, natürlich. Der enemy Siege engine has arrived. Wo war die Granaten? Die Granaten rauf. Wird das Kuh abgespämt. Wird das Kuh abgespämt. Ja, also fucking ready, direkt in you. Ah, was? Der, der, die kleine Beutelrate ist ziemlich schlau, Leute. Ah, Fan Nando, du gehst mir so oft die Eier. Beim Feuer, ne? Ich mach ihm irgendwie keinen Charme. Ja, der hat wahrscheinlich wieder ne geile Karte gekriegt, ey. Alter, ihr habt, ihr krieg einfach keine Verstärkung für Sealtorte mehr. Ja. Es gibt's dann. Hä? Ach, Scheiße. Hä? Hä? Was war das jetzt? Der hat 100% mehr Leben, der in Fernando. Hat der ne geile Karte oder was? Ja. Direkt die ersten Legendary. Ah, okay. Alter. Was, was? Was hab... Irgendwas tut mir da, äh, blockieren und angreifen. Was ist das für Karte? Das ist einfach ein random Buff? Nee, nee. Wenn du getroffen wirst, wirst du gesided. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Genau, du kannst geviert werden. Ne, 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 ne. Ich wurde entwaffnet. Ja, ist ja egal welcher. Wenn du Angst hast, schmeiß deine Waffe hin. Ist doch... Ja, keine Ahnung. Ich konnte halt nen Down greifen. Ich hab auch diesen Zombie-Dings, dann kann der auch nicht schießen. Bei welchem Charakter ist das? Der ist Assassine, aber den haben die nicht. Das können mehrere. Ah, okay. Fuck. Einer von euch da? Ja, ich... Ja, der Pip von denen hat auch direkt ne epische Karte gekriegt, ne goldene. Deswegen ist die so stark. Ja, aber die... Aber ne epische Karte hat aber mehr... Ah doch, Chi-Gold und die goldene Karte. Ja, aber die... Ja, ja. Aber halt, die Karte von Canendo ist halt böse. Ja, die von Canendo ist mega gut. Man hat man die Kriege eigentlich. Alter, kein Anfang nämlich. Was hat der für'n Luck, hä? Der hat einen Luck. Alter, krieg ich Damage. Ich weiß nicht, ob ne legendäre Karte am Anfang so viel mit Luck zu tun. Und das hilft dir in einem Kampf. Danach hast du zwei Stunden Cooldown. Ja, aber wenn du von Anfang an 100% mehr Leben hast... Ja, das muss erst mal proggen. Ne, das hast du dauerhaft. Das hast du solange die Karte... Das ist doch nicht dauerhaft. Solange die Karte... Ja, aber die wird doch aktiviert und dann hat sie Cooldown. Ne. So lange er nicht stirbt kann. Erst wenn er stirbt, geht das einfach weg. Ja, und dann hat die aber 60 Sekunden Cooldown. Ja, und das ist ja schnell überbrückt für die HP. 60 Sekunden... 90 Sekunden Cooldown. Also der Cooldown ist schon lang. 90 Sekunden. Also wenn du respawnst und irgendwo hinrennst, dann hast du die nicht ready. Ja gut, aber du musst erst mal sterben mit den HP. Die Karte bringt dir nur was, wenn du dominierst. Wenn du hinten liegst, bringt dir gar nichts. Ich will mich zeigen. Ich mag Hände. Dein Torf ist nahe zu verletzt. Komm, in meine Stabilität! Das ist ein Flamm und die Anwesenheit. Das ist ein Flamm. Das hat die Gäste gestört. Das ist ein Flamm. Das ist ein Flamm. Das ist ein Flamm. Das ist ein Flamm. Ein Flamm. Ein Flamm. Ein Flamm. Ein Flamm. Wächst es sich ganz gut ab, oder? Ein Flamm. Ein Flamm. Ein Flamm. Ein Flamm. Wir müssen doch nicht weitermachen. Das nächste gewinnen wäre eh. Ja, das war's aber auch diesmal mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den anderen vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss.